...Nazis geredet haben werde. And I look at this crowd and I see the opposite of Nazism. Und wenn ich in die Menge schaue, sehe ich das Gegenteil von Nazis. I see people who love democracy. Ich sehe Menschen, die Demokratie lieben. People who want open government. Menschen, die eine offene Regierung wollen. People who want leaders that are not gonna lie to them. Menschen, die Führeranführer haben wollen, von denen sie nicht belohnen werden. People who are not leaders will not make up arbitrary rules and regulations to orchestrate obedience of the population. Wir wollen keine Anführer, die wahllos irgendwelche Regelungen erlassen, um unsere Demut, um unsere Unterwürfigkeit zu erwirken. We want health officials who don't have financial entanglements with the pharmaceutical industry who are working for us and not big pharma. Wir wollen Anführer, die keine Verbindungen mit der Pharmaindustrie haben, die für uns arbeiten, nicht für die Pharma-Lobby. We want officials who care about our children's health and not about pharmaceutical profits or government control. Wir wollen Politiker, die sich um die Gesundheit unserer Kinder kümmern und nicht um den Profit der Pharma-Lobby und ihren eigenen Profit. I look at this crowd, I see all the flags of Europe. I see people of every color. I see people from every nation, every religion, all caring about human dignity, about children's health, about political freedom. This is the opposite of Nazism. When I look in the mirror, I see flags of all the heavenly countries here in Europe. I see people from all nations, with all the skin, from all religions. I see people who care about humanity, who are here, because of the health of their children and because of freedom and democracy. Governments love pandemics. Regierungen love pandemics. They love pandemics for the same reason they love war. Und die lieben sie aus den gleichen Gründen, wie sie den Krieg lieben. Because it gives them the ability to impose controls on the population that the population would otherwise never accept. Weil es sie die Lage versetzt, Kontrollmechanismen zu installieren, die wir sonst niemals akzeptieren würden. To create institutions and mechanisms for orchestrating and imposing obedience. Das sind Institutionen und Mechanismen, die unsere Unterwürfigkeit erfordern. Now I'll tell you something. It's a mystery to me. And all of these big important people like Bill Gates and Tony Fauci have been planning and thinking about this pandemic for decades planning it so that we would all be safe when the pandemic finally came. And yet, now that it's here, they don't seem to know what they're talking about. And we know that people like Bill Gates and Anthony Fauci have planned this pandemic for decades for decades and have been for now and we know that they can't even explain what the pandemic should be. They seem to be making it up as they go along. They're inventing numbers. They cannot tell you what the case fatality rate for COVID is. That's basic. They cannot give us a PCR test that actually works. They don't have... They have to change the definition of COVID on the death certificates constantly to make it look more and more dangerous. The one thing that they're good at is pumping up fear. Die denken sich alles nur auf. Sie erfinden Zahlen. Sie erfinden Zahlen für Pandemie damit wir in die Angst kommen. Sie erfinden diese Zahlen, die wir in der Zeitung lesen, im Fernsehen sehen. Und wenn wir die Zahlen sehen, kommen wir einfach nur in die Angst. 75 Jahre ago, Hermann Goering testified at the Nuremberg Trials. And he was asked, how did you make the German people go along with all this? And he said, it's an easy thing. It's not anything to do with Nazism. It has to do with human nature. You can do this in a Nazi regime. You can do it in a socialist regime. You can do it in a communist regime. You can do it in a monarchy and a democracy. The only thing a government needs to make people into slaves is fear. And if you can figure out something to make them scared, you can get them to do anything that you want. I'm almost 70 years ago. my uncle John Kennedy came to this city. Vor 50 Jahren kam John F. Kennedy hier nach Berlin. He came here to Berlin because Berlin was the front line against global totalitarianism. Er kam nach Berlin und das war die Front gegen den Totalitarismus. Und es ist heute ganz genau so. Berlin ist die Front gegen Totalitarismus. My uncle came here he proudly said to the people of Germany each bin ein Berliner. Und er hat stolz gesagt. Und today all of us who are here today can proudly say once again each bin ein Berliner. Und wir alle heute können stolz sagen ich bin ein Berliner. Und wir sind wieder die Front gegen den Totalitarismus. Ich möchte noch eine Sache sagen. Sie haben keinen guten Job gemacht die Gesundheit des Volkes zu schützen. Aber sie haben die Quarantäne genutzt um 5G hier in unsere Gemeinden zu bringen. Und um uns alle zu beginnen um uns alle zu einer digitalen Kuranz und sie haben den Anfang geschaffen für eine digitale Währung. Und das ist der Beginn der Sklaverei. Because if they control your bank account they control your behavior. Und das ist diese Kontrolle. Sie können uns nicht in unserem Verhalten beeinflussen. Und wir all sehen diese Advertisements auf Telefon sagen 5G ist zu Ihrer Gemeinde. Es wird ein tolles für all of you. Es wird verändern Ihre Leben. Es wird alles Ihrer Leben so viel besser. Und wir sehen dass 5G überall hingebracht werden soll. Die Fernseher sind voll davon, die Anzeigen sind voll davon, die Werbung. Sie sagen uns 5G macht unser Leben besser. Und es ist sehr überzeugend, ich muss sagen. Ich schaue an diese Advertisement und denke das ist großartig. Ich kann gar nicht warten bis es hier kommt. Und die wollen einfach, dass wir dieses 5G einfach akzeptieren. Und nur weil ich ein Videospiel dann in 6 Sekunden statt in 16 Sekunden runterladen kann. Und sie geben Milliarden Billionen von Dollars aus für 5G? Und es geht nur um Überwachung und Daten sammeln. Das ist für Bill Gates und seine Freunde und nicht für uns. Bill Gates sagt, dass sein Satellit Flieb kann jeden Quadratmeter des Planeten 24 Stunden pro Tag beobachten. Und mit seinen Satelliten kann Bill Gates jeden Quadratzentimeter des Globus beobachten. Das ist nur das Beginn. Sie werden Sie können Sie auf all Ihren smarten devices durch biometrike facial recognition durch Ihren GPS denken dass Alexis für Sie arbeitet. Sie nicht arbeitet für Sie sie arbeitet für Bill Gates spying auf Sie nutzen das um uns auszuspionieren mit der Gesichtserkennung die ganzen smart devices es ist nicht für uns es ist nur für die Überwachung und für die Datensammlung Diese Pandemie kommt der Elite zu Pass damit sie uns alles diktieren kann was sie will Und sie nutzen transferieren Und das einzige zwischen denen und unseren Kindern ist diese Menge hier in Berlin und wir sagen wir sagen zu ihr bekommt unsere Freiheit nicht ihr bekommt unsere Kinder und wir retten unsere Demokratie Vielen vielen Dank danke so so much thank you